Ja, schönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserem letzten Blogbeitrag im Jahr 2021, unser Blogbeitrag 243. Und das Thema wird sein, zielvolle Vorbereitung für das nächste Jahr für 2022. Da möchte ich Ihnen ein paar Dinge an die Hand geben, vielleicht nochmal als Anregung, das Jahr 2021 Revue passieren zu lassen und sich vielleicht perfekt einfach vorzubereiten, um wieder die Ziele, die ja letztendlich am 01.01.2022, fängt man ja, wieder bei Null an, einfach auch erreichen zu können. Ja, was kann man machen, um letztendlich mal ein Status Quo zu ermitteln, aktuelles Jahr zu analysieren, sich mal Zeit zu nehmen, vielleicht nicht jetzt genau, wenn Sie eben sich das anhören, sondern vielleicht mal am Wochenende oder zwischen den Jahren, dass man sagt, ich schaue mal im System, ich überlege mal, wie viele Leads, wie viele Kontakte ich überhaupt in diesem Jahr bekommen habe. Wo habe ich sie, wo stehen sie, wo sind sie dokumentiert? War das eine Option? 3, 5, 10, 20, 30? Über Empfehlungen vielleicht mal einen Kontakt, also ein Lead erstmal bekommen, eine Option für den Abschluss eines Auftrags oder über allgemeine Werbung, über Flyer, über meine Landingpage, über all diese Aktionen, wo man sagt, ich war da aktiv. Um erstmal diese Zahl greifen zu können, um zu wissen, aus dem habe ich dann welches Business generiert. Das heißt, auch hier ist immer wieder wichtig, am besten natürlich aus der Software heraus oder vielleicht ist eine Excel-Liste, wo man sagt, unter dem Jahr pflege ich die auch mal, wenn ich es noch nicht gemacht habe, nehme ich mir vor, für das nächste Jahr, um darüber einfach für sich Statistiken mal auch zu gewinnen, die einfach einen motivieren können, in einem bestimmten Bereich vielleicht etwas mehr zu tun oder halt auch mal eine andere Entscheidung zu treffen, was anderes noch mehr zu tun. Man soll es aber halt schwarz auf weiß vor sich dann auch sehen. Das hilft in der Regel mehr, als nur mal so ganz kurz im Kopf dran, sich ein paar Gedanken zu machen. Die Gesamtausgaben für die Lead-Generierung heißt ja Marketing. Was haben Sie investiert? Haben Sie 100 Euro investiert? 500? 1000? 10.000? 20.000? Gerade dann, wenn man zum Beispiel wie Leads eingekauft hat und sagt, ich habe hier einen Provider, der hat mir Kontakte weiter gereicht, Optionen, Leads und am Ende schaue ich natürlich diesen Return on Investment. Ich habe investiert, was habe ich am Gesamtumsatz produziert? Was hat mir eben diese Aktion über ein Jahr dann tatsächlich gebracht? Das einfach auf ein Blatt Papier auch mal zu dokumentieren. Dann die Anzahl der direkten zuordnbaren Leads, wo man auch weiß, ja das war eine bestimmte Aktion, da Facebook Kampagne könnte eine Option zum Beispiel sein, habe ich dann wirklich einen konkreten Lead bekommen, allgemeine Marketingmaßnahmen, wenn es viele sind und dann ruft an der Kunde im Büro bei Ihnen oder auf Ihrer Telefonnummer. Ist immer gut, wenn man natürlich im Daily Business nachfragt, wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden? Aber es könnte auch sein, dass ein Kunde sagt, na ich sehe Sie ja überall. Sie machen ja so viel Werbung, ganz allgemein. Oder er sagt, Sie sind mir beim YouTube Video mal aufgefallen. Oder ich habe halt Ihre Webseite gefunden über das Google Suchen. Einfach diese Informationen zu haben, die sind so wertvoll. Am Ende des Jahres kann man sagen, habe ich diese Informationen? Wenn nein, meine wärmste Empfehlung für das Jahr 2022, einfach darauf mehr zu achten. Immer dann, wenn die Option da ist, zu dokumentieren, wo kam es dann her. Dann natürlich, wie viele Abschlüsse haben Sie in diesem Jahr gemacht? Wirklich konkret zu sagen, wie viele Alleinverkaufsmandate habe ich abgeschlossen. Waren es 3, waren es 5, waren es 10, um diese Zahl auch wieder in Relation zu setzen zu den Optionen, die da waren. Manchmal macht man Flyer mit der Aktion kostenlose Immobilienbewertung. Natürlich sind das Optionen, daraus kommt aber manchmal nur das Ergebnis, ich wollte mal mein Haus schätzen lassen oder meine Wohnung. Ich habe gar keine konkreten Verkaufsabsichten. Das ist natürlich auch eine Erkenntnis. Und man sagt, aus 10.000 Flyer, aus 20.000 Flyer, habe ich 3 konkrete Optionen bekommen von Verkäufern, die verkaufen wollen. Und 10, 15, die sagen, nicht jetzt, aber vielleicht in 1, 2, 3 oder 4 Jahren. Auch gut, weil da soll man natürlich ein Full-Up-System haben, um diese Kunden nicht zu verlieren. Also Zahlen wirklich schwarz auf weiß zu dokumentieren. Und dann eben die Gesamtstunden, die investiert worden sind mal für die fachliche Weiterbildung. Wir haben ja so viele Themen, die wir als Immobilienmakler auch begleiten, wo es immer weiter geht, wie zum Beispiel die Immobilienwertverordnung 2021. Ist man da schon auf dem aktuellen Stand? Wie weit hat man jetzt die neue Gesetzgebung, was die Maklerprovision angeht, wirklich schon verinnerlicht und kann das auch immer natürlich Fall zu Fall dann bestens kommunizieren, in den Dialogen auch mit den Kunden, mit der Gegenpartei. Was habe ich noch gemacht? Habe ich mich vielleicht hier und da auch mal mit beschäftigt, etwas mehr über Bausubstanzen oder über Dachformen oder ähnliche Dinge mich auseinanderzusetzen? Und kann ich da vielleicht wieder punkten, was habe ich investiert? 1 Stunde, 3 Stunden, 10, 20, 30? Um einfach mal zu schauen, was stand in meinem Kalender drin für allgemein mal Aus- und Weiterbildung. Das sind so Kennzahlen, mit denen man einfach, wenn man sie kennt, anders planen kann, auch mit meinen Zielen für das Jahr 2022. Und auch natürlich neben dem Fachlichen oft das Vertriebliche. Vertrieblich heißt ja in der Regel Einwandbehandlung. Einwandbehandlung ist ja das Herzstück eigentlich auch des Erfolgs, dass man sagt, man hört ja sehr oft, mir ist die Wohnung zu klein, ist zu groß, ist zu teuer, ich will nicht mit einem Markler zusammenarbeiten, ich will heute noch nicht abschließen, ich will nicht so viel Provision bezahlen. Das sind ja alles typische, klassische, in der Regel die Einwände. Und man muss schauen, okay, wie gut bin ich damit eigentlich schon, dass ich viele Dialoge einfach fortführen kann und zu dem Ergebnis komme, was ich letztendlich als Ziel habe. Zum Verkauf der Immobilie oder eben zum Abschluss des Mandats zu meinen Konditionen. Und so hat man erstmal ein aktuelles Bild und jetzt heißt es ja Vorbereitung für das Jahr 2022. Und bevor ich da jetzt einsteige, vielleicht auch nochmal den durchschnittlichen Verkaufspreis Ihrer Immobilien in Ihrer Region nochmal festhalten, weil das ist ja auch wieder die Basis der Kalkulation. 6% Provision mal Anzahl der verkauften Immobilien ergibt den Provisionsumsatz in Abhängigkeit, ob Sie alleine agieren oder vielleicht in einem Büro arbeiten, wo dann nochmals Abgaben notwendig sind, um zu wissen, was ist eigentlich das, was ich im 2022 erreichen will und muss. Und da eine klare Struktur zu haben als Vorbereitung. Nennen sich Businessplan, ist aber ein Begriff, es soll ja keine 30 Seiten Ausführung sein, sondern eher auch Zielplanung. Zielplanung mit den Aktivitäten, das ist das Entscheidende. Zahlen niederzuschreiben für das will ich erreichen. Einfach. Ich will 100.000 Euro, ich will 150, ich brauche und will 200. Bei 250 geht mir das noch besser. Das ist der einfache Teil, der schwierig ist zu sagen, was mache ich dafür, was plane ich für 2022. Und vielleicht beginnen Sie einfach da mal in der ruhigen Minute zu sagen, was ist mein Jahresziel. Auf Grundlage eben auch der durchschnittlichen Verkaufspreise, die Sie haben, der Provision, die Sie aktuell umsetzen und eben der Abgabe oder der Kosten der Investition in Ihrem Büro, so wie Sie eben aktuell aufgestellt sind. Wie viel Immobilien brauche ich dafür? Also Anzahl der notwendigen Immobilien, die im Bestand sind für die Zielerreichung. Brauche ich dafür 3, 5 oder 10 Immobilien? Ist ein Unterschied, ob Sie Millionen Objekte im Durchschnitt vermitteln können mit 6% oder eben die 100.000 Euro Immobilien. Natürlich brauchen Sie viel mehr. Sie wissen auch, viel mehr ist gar nicht so einfach, die ganzen Objekte zu generieren, aber erstmal diese Zahlen auch wirklich zu kennen. Ist es ein Objekt im Monat, sind es zwei im Monat, um dann wieder zu sagen, dafür brauche ich jetzt aber eigentlich so viele Leads und was mache ich dafür? Also das sind die Zahlen, die Sie festhalten sollten. Wir haben jetzt diese neue Regelung der Makler-Provisions- Aufteilung. Wir vermitteln alles dazu, damit Sie das Wissen haben, um auch wirklich 3% außen, 3% innen oder in Summe einfach mit 6% arbeiten können. Wenn Sie da noch nicht sind, wäre das natürlich ein primäres Ziel, zu sagen, wie bekomme ich dieses Wissen, wie kann ich mich weiter fortbilden, damit ich es schaffe, die nächsten Monate diese Abschlüsse auch herbeizuführen? Ist ja schon schwierig genug, diese Kontakte herzustellen. Und dann ist es eigentlich umso wichtiger noch, eben die wenigeren Optionen zu nutzen, um das Mandat 6 Monate Laufzeit, allein Verkaufsmandat mit Qualifizierungsklausel dann auch so umsetzen zu können. Zielplanung für 2022. Wie viele Leads brauche ich dafür im Schnitt? Natürlich ist es ein Schnitt über das Jahr, aber es könnte mal 2-3 Monate perfekt laufen. Man sagt, ja, ich habe ganz viele Leads bekommen, der nächste Monat wieder etwas weniger, aber ich brauche nochmal Quartalsergebnisse, erstes Quartal, zweites, drittes, viertes Quartal, um einfach da mich auch wieder zu kontrollieren, wo mache ich zu wenig, wo will ich eigentlich hin? Und eben nicht nur immer zu sagen, ich arbeite, ich bin aktiv, da passiert ja schon etwas, sondern meine Erfahrungswerte sind, wenn man wirklich einen Schatzaufweis vor sich hat, hat man einfach nochmal mehr Klarheit und auch mehr Ansporn, mehr Motivation, das Ganze umzusetzen. Und wenn Sie sagen, ja, das ist eigentlich das Hauptthema, wo kommen eben diese möglichen Verkäuferkontakte her? Und wenn das heute noch kein Automatismus ist, noch kein System und man sagt, da ist eine gewisse Nachhaltigkeit auch da, zum Beispiel ein Empfehlungsmanagement-System schon aufgesetzt zu haben, mit all den Kunden, die sie schon haben, aus der Vergangenheit, diese zu kontaktieren, aber wie kontaktiere ich sie? Dass ich da nichts vergesse. Diese Lead-Strategien eben mal zu definieren, zu sagen, eine möchte ich neu jetzt implementieren für die nächsten drei Monate. Ist Budget da oder ist kein Budget da? Ist kein Budget da, muss ich eine andere Strategie wieder wählen, wo ich sage, ich bin halt mehr aktiv selbst. Ich nehme vielleicht mehr Videos auf für YouTube jeden Tag ein, weil ich die Zeit dafür irgendwo mal auch einplane für 5 oder 10 Minuten, wie wir es ja auch machen. Dieser Blogbeitrag ist natürlich ein Zeitinvestment, aber es ist ein fester Bestandteil jetzt schon seit vier Jahren, wo wir diese Blogbeiträge drehen. Und das ist ja auch eine Strategie, wie Sie es umsetzen können, wenn es geplant ist, wenn man es sich vorgenommen hat. Marketing- und Weiterbildungsbudget, auch natürlich ein Thema. So wie beim Marketingbudget, Richtwert 10 bis 20 Prozent vom Provisionsumsatz pro Jahr, wo man sagt, das ist meine Eigenvermarktung, damit ich noch bekannter werde. Oder x Euro, 500.000, 2.000 Euro investiere ich im Jahr eben für meine Weiterbildung. Um das auch wieder zu dokumentieren gegenüber meinen Kunden, die sehen, der Makler hier ist wirklich up to date. Da können wir einiges erwarten im Vergleich wieder zu anderen, die ja auch viel Präsenz haben, aber vielleicht es verpassen, sich so zu positionieren für fachlich, up to date, auch viel Marktkenntnisse, hat einfach eine gute Präsenz, ist noch sympathisch. Der Makler ist genau der, den wir eigentlich auch suchen. Und das sind die Dinge, die ich Ihnen heute in diesem Blogbeitrag gerne jetzt einfach nochmal weiterreichen wollte. Vielleicht nehmen Sie sich diese Zeit, wenn Sie es nicht eh schon so auch vorgesehen haben. Vielleicht war nochmal hier eine kleine Anregung dabei. Wir haben noch viel mehr dazu, um Sie vielleicht in den Bereichen zu unterstützen. Wenn Sie mal Lust und Zeit haben, gerne auf makler-wissen.de. Da haben wir über 100 Kurse aktuell, also Lerneinheiten für Themenbereiche wie Akquise, Einkauf, Verkauf, Erfolgsfaktoren, wo das auch jetzt hier dazugehört, eben diese Strukturen aufzubauen, auch gewisse Motivationen täglich immer wieder sich herbeizuholen, um das auch dann umzusetzen. Finanzierung, Fachwissen, also alles, was man letztendlich auch braucht, um im Tagesgeschäft alle Informationen zu bekommen, rund um das Thema Jahr eben für Immobilienmakler. Ja, soviel für heute. Dann schließe ich ab. Wir werden natürlich nächstes Jahr wieder für Sie dann da sein. Ich wünsche Ihnen heute, wenn Sie diesen Blogbeitrag regelmäßig von uns jetzt auch in diesem Jahr angesehen haben, sage ich ganz vielen, vielen Dank, dass Sie immer sich diese Zeit auch nehmen. Ich wünsche Ihnen ein gutes neues Jahr. Natürlich die Gesundheit wünschen bei uns alle, dass Sie auch da ist, dass wir nächstes Jahr dann wieder mit voller Energie auch loslegen können. Und ich freue mich dann schon wieder, Sie im nächsten Jahr 2022 hier in unserem nächsten Blogbeitrag begrüßen zu können. Bis dahin, machen Sie es gut, Ihr Markus Langenbach.